Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in Westasil Transport Fieber 2. Wir machen eine Runde Trainspotting und wir setzen uns aber nicht einfach irgendwo hin, sondern starten erstmal hier am Bahnhof in Westasil und fahren ein Stückchen mit diesem wunderschönen Fahrzeug. Ich glaube es ist ein Ford F4, wenn mich nicht alles täuscht, aber nagelt mich nicht darauf fest. Ein wunderschöner Oldtimer, den ich glaube ich auch noch nie für irgendwas benutzt habe. Die Aufnahmen sind, also ich bin ein bisschen durcheinander gekommen mit meinem Release-Plan, deswegen sind diese Aufnahmen jetzt einfach schon ein bisschen älter als das, was ihr in der letzten Folge zu sehen bekommen habt, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Hier ist nichts los auf dem Fußballplatz und die Flutlichtscheinwerfer sind aktuell auch nicht vorhanden, deswegen seht es mir nach, aber darum geht es auch eigentlich nicht. Wir machen einfach ein bisschen Trainspotting und ich hatte mir überlegt, wir fahren mal so ein bisschen zu verschiedenen Spots einfach. Also ich habe mir zwei Spots ausgewählt, einen hier an der Altbaustrecke an der Küste, dort fahren wir jetzt mal hin mit unserem wunderbaren, wahrscheinlich eher nicht geländekängigen Fahrzeug. Und da werden wir mal kurz hier vorne innehalten und ein bisschen auf die Züge schauen und dann werden wir den Standort nochmal wechseln. und zwar werden wir dann zur Neubaustrecke verlegen und dort noch ein bisschen auf die Züge schauen. Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Herangehensweise an so Trainspotting-Folgen. Übrigens auch dieses Geruckel bei denen, also wenn man hier in eine Kurve fährt, es ist wohl so, wenn mich nicht alles täuscht, dass tatsächlich immer nur die Texturen geladen werden und ich hoffe, ich drücke mich da jetzt richtig aus, die halt wirklich gerade im Blickfeld sind. Das heißt, wenn man so einen schnellen Kameraschwenk hat, dann werden in dem Moment glaube ich einfach die Texturen nachgeladen. Und das ist glaube ich ein entscheidender Unterschied im Vergleich zur alten Version. Also seitdem das Update erschienen ist, hat sich ja doch ein bisschen was verändert. Und das ist eben recht offensichtlich, dass wenn man hier so eine 90 Grad Kurve zum Beispiel fährt mit dem Auto, dass es dann einfach mal enorm ruckelt. Bei statischen Aufnahmen allerdings, so wie hier, läuft das alles sehr zufriedenstellend. Und ich muss einfach schauen mit den Kameraschwenks. Ich würde da schon gerne beibehalten, aber ich glaube, man darf es einfach nicht zu schnell machen. Das ist glaube ich der Knackpunkt. So, aber wie dem auch sei, Trainspotting. Wir haben den ersten Fotogüterzug, Baureihe 42. Und aus der anderen Richtung kommend. Umleiter Intercity hier mit Baureihe 120. Die Märklin Edition. Ja, sieht man nicht alle Tage auf meinen Karten. Hier eher das historische Rollmaterial. Aber sieht sehr, sehr gut aus. Da steht schon der Metronom in den Startlöchern. Der wurde praktisch gerade noch überholt vom Intercity. Und jetzt hat auch der Metronom in der Grönemeyer Ausführung hier Ausfahrt. Zumindest sind ein, zwei Wagen hier aus der Grönemeyer Edition. Inzwischen haben sich auch schon ein paar weitere Trainspotter hier dazugesellt. Hat sich wohl herumgesprochen, dass man hier ganz gute Bilder anfertigen kann. Und dass aktuell heute auch ein paar Sonderzüge unterwegs sind. Deswegen sind wir hier nicht alleine. So, der nächste im Bunte. Etwas moderneres untergemischt in den Reigen der Züge hier. In Doppeltraktion unterwegs. Verkehrsrote Einheitsbrei. Und aus der Gegenrichtung kommt schon wieder ein Metronom. Hier bin ich mal mit etwas höherer Brennweite drangegangen. Für die Nahaufnahmen. Es ruckelt sich leider ganz schön ein ab. Aber ich glaube, es liegt schon auch... Also die Brennweite macht schon auch einen Unterschied. Bin ich auch gerade noch so ein bisschen am Rumexperimentieren. Aber je höher, desto schwieriger wird es halt. So, ein Metronom ist in Westersiel angekommen. Und da hinten gurkt noch der Plastikbomber. Und aus der Gegenrichtung kommt auch schon der nächste Kandidat. Das müsste eine Version des Orient-Expresses sein. Ich weiß aber nicht mehr welche. Es gibt ja praktisch vorgefertigte Zugverbände, die man einfach auf die Schiene stellen kann. Das ist jetzt einer davon. Meines Wissens originalgetreu nachempfunden. So, und da haben wir auch nochmal eine kleine Zugbegegnung hier mit dem Umleiter-Schweizer-Kollegen. Der hier dem Museumszug begegnet. Hier auch nochmal schön mit der Brennweite hochgegangen. Ah, das sieht doch toll aus, oder? Hier um die Kurve fährt. Dieses wunderschöne Wagenmaterial. Ja, ist schon ein brutal gutaussehender Zug, muss man schon sagen. Mit dem würde ich ja zu gern mal selbst fahren. In der Realität meine ich. Aber ich hatte mal irgendwann nachgelesen, das ist unbezahlbar. Das gleicht einem Luxusurlaub. Ah, wahrscheinlich ein tolles Erlebnis. Sprengt nur mein Budget ganz leicht. Ah, wer weiß, vielleicht, wenn der Kanal noch ein bisschen wächst, vielleicht wäre ich mal eingeladen in den Orient Express. Wird wohl nicht passieren. Okay, aus der Gegenrichtung kommt. Der ist schon wieder auf dem Rückweg. Da haben wir nochmal die Märklin 120. Hier auch nochmal schön mit der hohen Brennweite drangegangen. Und aus der anderen Richtung hört man auch schon wieder das markante Lüftergeräusch. Eine Sandwich-Fraktion. Mintlinge und Rotlinge. Ja, gibt ein bisschen was zu sehen heute für die Trainspotter. Ein guter Tag für Eisenbahnfreunde. So, dann nochmal der olle Metronom. Ja, der ist halt hier so das, wie sagt man, das Backbone, das Rückgrat des Regionalverkehrs auf der Küstenstrecke. Deswegen sieht man den natürlich ein bisschen öfter hier. Immer genau aus dieser Perspektive fängt es ein bisschen zu stottern an. Auch interessant. Okay. Metronom ist in West-Tasil angekommen. Und dann haben wir hier nochmal eine andere Variante des Orient Expresses. Auch wieder eines dieser vorgefertigten Zugverbände. Also auch eine Originalzusammenstellung. Sehr kurze Version. Und wieder genau diese Perspektive. Ist mir beim Film gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Das merke ich jetzt erst so richtig. Gut zu wissen. Okay. Ach ja, natürlich. Hier, der hatte ich ganz vergessen. Stimmt, den hatte ich auch noch mit eingebaut. Kleine Loküberstellungsfahrt hier. V200 in einer... ... etwas unüblichen Version. Und hinten dran Nuten-Miller. Und von der anderen habe ich den Namen vergessen. Oh, rein bezeichnen. 753 konnte ich noch einigermaßen erkennen. Aber auch ein nettes Gespann, oder? Diesel geht sowieso immer. Ja, sicherlich auch unterwegs zu irgendeinem Bahnmuseum hier. Dieses Gespann. Okay, gut. Dann verlassen wir mal die erste Filmstelle und drehen noch mal eine kleine Runde. Und fahren zur zweiten Filmstelle. Die sich an der Neubaustrecke befindet. Nochmal Fußballplatz vorbei. Und dann werden wir noch mal kurz durch die Westersil hindurchfahren. grob Richtung Campingplatz. Und da habe ich einfach noch mal so eine kleine Filmstelle eingerichtet. Ein paar Trainspotter hingestellt. Und da schauen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen den schnellen Zügen zu. Ja, und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee praktisch haltet. Dass man eben mehrere Spots heraussucht in irgendeinem Gebiet und dort dann tatsächlich mit dem Auto hin und her fährt. Das kann halt sehr schnell dazu führen, dass die Folge sehr, sehr lang wird, wenn man immer praktisch den Transfer mit einbezieht. Aber irgendwie finde ich das ganz cool. So ein mobiles Trainspotting. Könnte man natürlich auch noch ganz anders gestalten. Mit der Bahn zum Beispiel. Irgendwie von Bahnhof zu Bahnhof fahren oder sowas in der Richtung. So, dann hier noch mal durch Westersil hindurch. Oh, sehr schön. Das ist doch mal hervorragendes Timing hier. Schweizer Umleiterzug unterwegs Richtung Hansburg Hauptbahnhof. Ah, cool. Nette Perspektive. Gefällt mir sehr gut. So, wir folgen der Hauptstraße, der Landstraße, noch ein ganz kleines Stückchen. Ah, toll. So eine Parallelfahrt hier mit dem Zug. Hat was. So, da vorne kann man schon das Schöpfwerk erkennen. Und irgendwo hier vorne, glaube ich, müssen wir dann aber leider auch schon abbiegen. Denn wir wollen ja noch mal schnell an die Neubaustrecke. Da auch noch ein paar Aufnahmen anfertigen. Ja, kleiner Einblick in den Alltag eines Trainspotters. Ich denke mal, manche von den Leuten werden wirklich so einen Aufwand betreiben, oder? Wenn man mehrere Filmstellen an einem Tag abdecken möchte. Ich hatte zumindest mal, habe ich einige Videos hier von Alex E. gesehen. Und da ist das ja öfter mal so, wenn der... Der scheint da wirklich manchmal den ganzen Tag unterwegs zu sein, habe ich den Eindruck. Fährt dann noch von A nach B mit dem Auto. Sucht sie vorher seine Filmstellen heraus. Baut dann da sein Kamera-Equipment auf. Fängt an zu filmen. Und das dauert ja auch, bis dann mal ein paar Züge im Kasten sind. Also das ist, glaube ich, schon auch echt ein aufwendiges Hobby. So, abgebogen von der Landstraße geht es hier nochmal schön auf die Nebenstraße. Bisschen an den Bauernhof. Am Bauernhof und den Feldern vorbei. Und wir bewegen uns jetzt Richtung Neubaustrecke, die dann auch gleich schon ins Blickfeld kommen müsste. So, wir werden uns hier ein bisschen über die Feldwege wurschteln. So, ich habe es ein bisschen beschleunigt dann. Ich habe die Spielgeschwindigkeit etwas hochgedreht, weil 20 kmh ist schon sehr zäh, bis man da mal ans Ziel kommt. Deswegen düsen wir hier mal ein bisschen Flotter über die Felder. Da vorne kann man, glaube ich, schon einige... Ja, hier kann man den Bahndamm so langsam erkennen. Einige Meter hoch. So, und dann schauen wir mal. Hier ist ja noch so ein kleiner Bachlauf. Also einer dieser Entwässerungsgräben jetzt rechts von uns. Den müssen wir dann noch irgendwo queren. Da vorne haben wir, glaube ich, eine Möglichkeit. Ah, sehr schön. Da haben wir schon einen IC2 vorbei donnern. Gleisgeschwindigkeiten hier ungefähr in diesem Bereich. Ah, weiß ich gar nicht. Zwischen 160 und 200 müsste das sein. Also da haben wir schon auch noch mal ein bisschen längeren Bereich, wo die Züge ballern können. Ah, sehr schön. Da haben wir gleich noch den ICE aus der Gegenrichtung kommend. Ah, ist doch ein netter Kontrast zu der gemütlichen Küstenstrecke hier nochmal. Einen kurzen Blick auf die schnellen Züge werfen. Da drüben der Mähdrescher. So, und hier habe ich einfach nachträglich nochmal so eine ganz kleine Filmstelle mit eingefügt. Und da stehen auch schon ein paar Kollegen, die hier auf die Züge warten. So, dann parken wir hier einmal ganz kurz, bringen unsere Kamera in Position, stellen die Brennweite ein. Und da kommt auch schon... Ah, ist das jetzt ein TGW? Ich meine schon. Ja doch, konnte man erkennen. Und aus der Gegenrichtung kommt auch schon was anderes angedüst. Das müsste der Fred Cerosa sein. Ich glaube, das ist der italienische Hochgeschwindigkeitszug. Ja, ich hatte einfach nochmal ein paar Besonderheiten hier mit auf die Schiene gesetzt. Damit ihr auch nochmal ein bisschen was zu sehen bekommt. Was man nicht alle Tage hier auf der Karte zu sehen bekommt. Bunt gemischt. Und ich sehe gerade, ja, Video ist leider gleich schon vorbei. Ich hätte noch ein bisschen länger filmen sollen hier an der Filmstelle. Naja, gut, können wir immer noch nachholen. Dann, deutscher Klassiker, ICE-1. Die lange Ausführung. Mit dem Buckelspeisewagen. Wie eine Schlange, die einen Hasen verspeist hat. Okay. Der nächste dürfte auch gleich um die Ecke gesaust kommen. Das ist, glaube ich... Ach, ich kann es euch gar nicht sagen. Gibt es so viele Hochgeschwindigkeitszüge, die ich jetzt auch noch neu installiert habe. Das ist der Thales. Ich glaube, das ist der Thales, oder? Das müsste der Thales gewesen sein. Das müsste ein Belgier sein. Ich weiß nicht, ob der doppeltraktionsfähig ist. Wahrscheinlich schon. Ich habe ihn einfach mal in Doppeltraktion auf die Reise geschickt. Einmal kurze Version und einmal die lange Version. Ich glaube, es war der Thales. Und, was natürlich auch nicht fehlen darf, weil er sowieso viel zu kurz kam. Hier einmal Railjet-Doppeltraktion, einmal tschechische Ausführung, einmal klassisch ÜBB. Und aus der Gegenrichtung kommt schon der Schweizer daher. Hier geht es Schlag auf Schlag. IC 2000 müsste das sein. Und der ist tatsächlich auch oft auf dem Weg Richtung Schweizer Bauabschnitt. Ja, das sind doch ein paar ganz nette Aufnahmen. Alles eher kurz und bündig gehalten. Dafür aber hat man doch ein paar verschiedene Züge hier. Hektometer-Tafeln stehen hier übrigens auch schon. Also da sind wir auch auf einem guten Weg hier bei der Neubaustrecke. Na schön, gut. Dann nach diesem kleinen Intermezzo kommen wir auch schon wieder zum Schluss. Keine Sorge, in der nächsten Folge wird dann direkt weitergebaut. Da geht es nochmal Richtung Westersiel. Und dann einfach Step by Step weiter die Küste runter. So lange, bis die Neubaustrecke wieder mit der Altbaustrecke, also der Küstenstrecke, zusammenläuft. Und von dort aus geht es dann in die Schweiz. Und irgendwann so nebenbei werden wir auch noch die Inselchen fertigstellen. Das ist mal der grobe Plan. So sieht es aus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's gewesen von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.